Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Fast 24 Milliarden, so viel Überschuss, erzielte Deutschland im vergangenen Jahr. Das ist Rekord seit den Boomjahren der Wiedervereinigung. Nun wird natürlich heiß diskutiert, was mit der ganzen Kohle gemacht werden soll. Da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Und woher kommt der Geldsegen überhaupt? Ach ihm unser. Die Polizei in Niedersachsen hat einen 26-jährigen Deutschen wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft genommen. Der Kampf um Mosul geht offenbar in die entscheidende Phase. Das irakische Staatsfernsehen meldet, dass die Armee den strategisch wichtigen Flughafen eingenommen hat. Sturmtief Thomas, das zurzeit bei uns wütet, könnte den Jecken die nächsten Tage ganz schön die Perücken vom Kopf pusten. Der deutsche Wetterdienst rechnet mit orkanartigen Böen. Denn einige Karnevalszüge wurden vorsorglich abgesagt. Und auch auf den Straßen war und bleibt es gefährlich. Fanny Juschen. Ist da draußen im All noch jemand? Dieser Frage ist ein internationales Forscherteam nachgegangen und hat tatsächlich einen Ort entdeckt, an dem wohl außerirdisches Leben möglich ist. Sieben erdähnliche Planeten in circa 40 Lichtjahren Entfernung. Nach kosmischen Maßstäben fast um die Ecke, aber dennoch sehr weit weg. Peter Handjes. Dass Menschen Alkohol, Drogen oder spielsüchtig sein können, wissen wir alle. Doch wie sieht es mit LaBello-Sucht aus? Manch einer schmiert sich permanent einen Fettstift auf die Lippen und vergisst, dass man ihn auch isst. Dabei sind einige Produkte nicht ungefährlich, wie Stiftung Warenteste herausgefunden hat. Christina Lewinsky. Die diesjährigen Brit Awards standen ganz im Zeichen der 2016 verstorbenen Rock- und Popgrößen. Und das war's von uns für heute. Ihnen jetzt viel Spaß bei den Simpsons und bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.